So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, denn das nächste Event wurde angekündigt. Wir befinden uns momentan zwar noch in einem Event, nämlich dem Funkelnde Phantasien Event oder wie das glaube ich heißt, was einfach richtig gute Spawns hat, richtig krasse Pokémon, richtig stark, eines der krassesten, besten, nützlichsten Events, was wir je hatten. Und jetzt wurde das nächste Event angekündigt, was wahrscheinlich dann eher das komplette Gegenteil ist, denn auf den ersten Blick gibt es da einfach gar nichts. Keine neuen Pokémon, keine neuen Shinies, ein neues Shiny wurde angekündigt, wurde wieder zurückgezogen, war aus Versehen angekündigt, gibt es doch nicht, weil in der Grafik fehlerhaften Shiny-Zeichen dran war. Das Titelbild sieht auch sehr unspektakulär aus, aber die Boni haben es angeblich in sich. Wir haben eben im Chat schon ganz kurz mal drüber geredet, das angerissen, wir wollen jetzt mal schauen, was ist das denn. Feiert das Mondneujahr 23 mit dem Mondneujahrsevent in Pokémon GO. Trainer, es ist an der Zeit, das Mondneujahr in Pokémon GO zu feiern, wildes Goblet und Haspiror erscheinen dabei häufiger. Außerdem könnt ihr euch auf weitere Event-Pokémon freuen, denen ihr unterwegs bei Raid kämpfen und durch das Ausbrühen von Eiern begegnen könnt. Es scheint so, als wäre das Glück, euch bei diesem Event holdt. Die Chance auf schillernde Flampion, Glücks-Pokémon und Glücksfreundschaften ist erhöht. Leider habe ich schon alle Pokémon als Glücks-Pokémon, da bin ich immer hinterher. Jetzt auch als Kecleon kam, direkt, zack, Glücks-Kecleon geholt, damit ich da nichts vergesse und nichts liegen bleibe. Kann ich jetzt nicht unbedingt so nutzen. Glücks-Freunde, ich habe immer noch 34, 35 Stück. Wenn ich einen garantierten Glückstausch am Tag mit einem Freund mache, kriege ich am selben Tag vielleicht zwei Glücksfreunde wieder hinzu. Das ist mir jetzt schon so krass. Ich komme einfach nicht hier nachher. Ich brauche mehr Glücks-Trades, mehr Spezial-Trades, die man am Tag machen kann. Den Rest freut es natürlich. Vielleicht wird man ja mal mit jemandem glücklich, mit dem man bisher noch nie glücklich war. Und Schillernde Flampion, also das rote Ding, was dann rosa wird. Ich habe so viel im Beutel. Das kam mir vor, als wäre das schon immer irgendwie erhöht gewesen. Bei dem Weißen würde ich mich freuen. Da mussten wir damals raiden, aber das Rote ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so begehrt. Ist trotzdem ein starkes Pokémon. Machen wir uns nichts vor. Aber ja. Was gibt es denn trotzdem für Spawns? Spawns, Mondneujahr 23, von Donnerstag, dem 19. Januar, 10 Uhr, bis Montag, dem 23. Januar, 20 Uhr. Das läuft also nur vier Tage an sich. Wilde Pokémon, die häufiger erscheinen. Ponita, Magma, Kabador, Schneckmark, Kamaub, Vadribie, Haspiror, Fünx, Skobble. Fünx, da war auch ein Shiny-Symbol dran, deswegen gab es den Aufruhr vorhin. Jetzt haben sie es überarbeitet, es ist nicht mehr da. Hieß schon wieder, ja toll, das braucht doch ein Siede, jetzt tun die das vorher schon rein. Ihr seht also, vermehrt sind das irgendwie alles so Feuer-Pokémon. Kabador, das Feuer-Pokémon, wer kennt's? Kann auf jeden Fall alles Shiny sein, bis auf Fünx. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Flambion oder Flammara. Die Chance auf Shiny-Flambion ist also erhöht, aber es taucht relativ seltener in der Wildnis auf. Flammara, kann nicht Shiny sein? Ja, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Was ist davon gut? Kabador, Garados, Mega-Garados ist auf jeden Fall nützlich. 400 Bonbons für die Entwicklung. Kabador, Mega-Garados, Energie, alles hin und her. Würde mich auf jeden Fall reizen. Vatribje, wer noch ein Shiny, weibliches Vatribje sucht, weil man ja nur das Shiny entwickeln kann, das ist vielleicht ein Anreiz. Kamaub, Kamerubt, bekommt nochmal eine Mega-Entwicklung. Haspiror, Schlappohr, Mega-Schlappohr, Mega-Entwicklung, irgendwas. Rest sehe ich jetzt nicht so krass an, obwohl Flambion, wie gesagt, ein guter Angreifer ist, gerade vom Typ Feuerangreifer. Super, die Gala-Variante mit Eis auch richtig stark als Eisangreifer, aber hier ist ja kein eisiges da. Event Boni. Also, was wird mein Ziel sein? Das habe ich ja ganz vergessen. Nix. So, das war mein Ziel. Weiter geht's. Event Boni. Erhöhte Chance auf schillernde Flambion. Erhöhte Chance, Glücksfreunde zu werden. Ein zusätzlicher Spezialtausch, das heißt maximal zwei pro Tag. Oh, Gott hat mich erhöht. Erhöht. Obwohl, das bringt mir ja trotzdem nichts, weil es ja jetzt schon nicht passt. Und dann gleicht das vielleicht nur die noch erhöhtere Chance aus mit einem zusätzlichen Tausch. Aber erhöhte Chance, Glücks-Pokémon durch Tauschen zu erhalten. Doppelter Sternstaub durch das Öffnen von Geschenken. Während des Mund-Neujahr-Events könnt ihr zwischen verschiedenen Boni als Belohnung für die befristete Forschung auswählen. Also, ich begrüße es sehr mit den zwei Spezial-Trades. Ich suche nämlich unbedingt mein 100% Regie-Eis, damit das Trio voll ist. Dazu brauche ich Lucky-Trades, 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 damit ich nicht so viel von dem Ding raiden muss, weil das kann ja nichts. Also hoffe ich, dass das vielleicht im Event mit den vermehrten Trades dann passt. Befristete Forschung, glückliche Wünsche. Euch erwartet eine befristete Forschung, bei der ihr die Belohnung auswählen könnt, die ihr für das Ausbrühen von Eiern. Das Einsetzen von täglichem Abenteuerrauch oder das Sammeln von Sternenstaub behaltet. Staub, ganz klar, Staub. So, eure Auswahl bestimmt, welche Aufgaben ihr während des Events erfüllen müsst und welche Boni ihr bekommt. Unabhängig davon, welche Entscheidung ihr trefft, können alle Trainer, die die Forschung abschließen, ein Glücksei und andere Items erhalten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, den folgenden Pokémon zu begegnen. Kabador, Azumarill, Jungglut, Flampion, Gala, Flampion. Sehr genial. Skobbel. Was würdet ihr nehmen? Mehr Abenteuerrauch, längere Zeit, mehr Effektivität, Dings davon. Eier, mehr Eier, kürzere Eier, gar keine Eier, gebratene Eier oder Staub. Ich meine, wenn man sich viel für Staubboni entscheidet, kann man ja auf Eier gehen, aber wenn während des Events sowieso in den Eiern nur das ist und es nicht auf das andere sich auswirkt. Ich will ja meistens Eier, die nicht im Event sind. Zwölf Eier, zwölf Kilometer Eier. Brüte ich die ganze Zeit. Shiny Gladiantri noch ein bisschen, 100er Garnowild, solche Sachen suche ich eigentlich. Würde ich mich also wahrscheinlich wieder für den Staub entscheiden. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer Eiern. Das ist das, was mir meistens gar nichts bringt, weil ich keinen Platz habe und meistens die Geschenke so aufmache, wo einfach abends gemütlich, wenn alle interagiert haben, da kann ich die 7 Kilometer Eier gar nicht nutzen. Klingplim, Riolu, Flampion, Galaflampion, Zurokex. Klingplim, wenn es jetzt als Shiny da wäre, wäre es mega interessant, ist es nicht. Flampion, Galaflampion, wie gesagt, zwei coole Pokémon, Zurokex, ja, kann man in der GBL auch häufig nutzen. Riolu, fehlt mir ein 100er, brauche ich eigentlich unbedingt. Muss ich wohl durch Mega Lucario irgendwann mal aus Mega Raid ziehen. Ihr könnt natürlich gerne Riolu brüten, wer noch so ein gelbes Shiny sucht, ist hier vielleicht an der richtigen Adresse. Werdet ihr 7 Kilometer Eier brüten? Ja, nein, schreibt es mal rein. Raid Kämpfe, der Stufe 1, Hisui Voltobal, ne. Scheinux, hat Zinsidei gehabt, Flampion, Galaflampion. Also wer das Shiny Galaflampion noch braucht, könnte hier vielleicht auf Jagd gehen, aber ansonsten brauchst du hier eigentlich auch nicht viel. Raid Kämpfe der Stufe 3, Flamara, Potrott, Logok, Shadrago, Krebit. Shadrago Shiny, interessant für manche vielleicht. Stufe 5, Regie Ice, wird wahrscheinlich gar niemanden interessieren. Mega Raids, Mega Schlappohr, wird wahrscheinlich auch kaum jemanden interessieren. Vielleicht sollte man also seine Pässe für Galaflampion oder Shadrago ausgeben. Wäre mein Tipp, meine Empfehlung. Krebit in der GBL ganz cool, aber ich muss hunderte Regie Ice bekommen, noch ein paar XL sammeln. Für mich Regie Ice trotzdem als Raid, das einzigste Grad. Feldforschungsaufgaben. Die folgenden Pokémon begegnet ihr als den. Den folgenden Pokémon. Ich habe schon 5 Stunden Raids jetzt hinter mir, sorry. Den folgenden Pokémon begegnet ihr als Belohnung für den Abschluss von Feldforschungsaufgaben. Glumanda, Paras, Feuerriegel, Flemmli, Panflam, Vadribie, Haspiror, Floing, Flambion, Galaflambion, Füngskobbel, Flamjau. Also die ganzen Feuerstarter sind hier vertreten aus allen möglichen Generationen. Beide Flambion formen auch wieder. Häschen ist am Start, Häschen in der Grube, genau. Paras, Paras sehr cool, Paras gibt ja mehr Sternenstaub, da werden sich einige freuen. Ansonsten, ja, nehmt halt mit, was ihr kriegen könnt. Avatar-Artikel und Sticker. Ab Beginn des Events könnt ihr im Shop folgenden Artikel für euren Avatar kaufen. Auch nach dem Event werden diese noch erhältlich sein. Rote Laterne Rucksack. Nee, brauche ich nicht, danke, das war's. So, was sind eure Highlights? Schreibt's mal rein. Vielleicht sollte ich das auch jetzt einfach als Bild nehmen. Für das Thumbnail, weil die haben ja einen Rucksack auf. Er ist auf jeden Fall detaillierter, als hier oben einfach nur das. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich bin jetzt nicht so beeindruckt, jetzt verstehe ich das, dass mir den Glücksfreunden und den Trades werde ich auf jeden Fall nutzen. Werde auf RigiEis 100% Suche gehen, das mal zum Maxen irgendwann dann. Ansonsten, viel Spaß mit dem Event, was wir jetzt gerade noch haben. Genießt das, bevor dann das kommt und nutzt das dann für Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Peace out for out.